ich habe jetzt langsam ich kann passen das ist ja gut dann ja dann komm mit ich war hier so ein link für mich wiederum ich die kaputt und dann sonst zu dem freien wenn ich den eine knalle fliegen die weg aber ich krieg kein bärenmoos ich bin hier echt schlecht drauf ich weiß nicht dieses spiel mag mich nicht ja ich frage mal ich stehe jetzt direkt vor einer bäre hier ist da eine kann ich es auch nicht kaputt machen die ist jetzt gerade wer weiß wie geflogen ich sehe Spinnenbeine ja das ist natürlich schade wenn ja das ist schade du bist gerade über eine durchgesprungen nach meinem dafür halten liegt hier keine ein bisschen spinne ich habe jetzt eine weggeschmissen hier ist ein bisschen trinken hier liegt noch eine beere dann nehmen wir uns das mal mit da vorne ist wieder eine spinne hier sehe ich aber keinen hier hinten ist eine beere du hast gerade eine angerempelt nach meinem dafür halten aha du erzeugst die dinge also aus dem nichts hier hinten müsste eigentlich nur eine hängen ich glaube hier dran müsste eine hängen oder hing mal jedenfalls ja bei mir hängt da eine ich weiß nicht ob du sie auch sieht du springst ziemlich auch bei mir grafisch ich weiß nicht ist mit deinem internet alles okay ich habe nichts negatives festgestellt aber irgendwie sind wir heute nicht so besonders gut miteinander connected von meiner seite ist alles gut kann natürlich auch sein das am server eventuell liegt ja es spielen so viele weißt du äh Töten ja gar die grün sind aber auch weggeklatscht sind doch nur zwei ne da hinten sind auch noch welche da im stein ist ja auch nur eins oder wie obwohl Tool im zweifel da du ja so wenig platz hast möchtest du mir die lavateile droppen hier ist nämlich die heißen larven hier ist ein lavaspike zb runtergefallen vorsicht hier hinten liegt auch noch was lavaspike das sieht so aus als ob du nichts mehr aufnehmen kannst hier fallen so ein paar sachen raus ja ja wie sahen die aus ich hab da noch keine aufgenommen ich kann hier ein paar ameisen nee nee lavaspike das ist so ein grünes gesicht mit so riesigen zelizieren sozusagen habe ich kann da in dem stein ist noch einer drin und da unten liegen noch nicht nur einer und kommt der aus dem stein nicht raus lauf doch nicht da rein mann immer dieses vorpreschen ich glaube die oh gott alter springt die da aus dem stein raus diese sau so haben wir die auch ein bisschen acid genett haben wir auch bekommen alles klar ein hamburger ein hot dog hamburger der sieht aber lecker und frisch aus meinst du den kriegen wir weg transportiert nee weil wir axt 2 dafür brauchen haben wir die immer noch nicht aber ich kann durch den hamburger äh durch den hamburger ey was ist denn los heute durch den hot dog ich kann durch den hot dog durchgucken und ist ein hole innen drin ja na toll so ja wollten wir eventuell nach hause hier unter dem holz sind bestimmt wieder spinnen wie unser glück kenne natürlich ganz viele pilze ich gehe mal hier an der pappschachtel vorbei weil wie gesagt da unten könnte eine spinne liegen und da wollen wir uns ja nicht mit paaren nicht ne jetzt sind wir uns heute nicht ne übrigens an dem baumstamm gibt es ganz viel sep immer noch voll und ein labor hatten wir das schon irgendjemand will was von mir irgendjemand will was von mir das steht das steht das steht das steht be appreciated our society no longer understand science you understand me and understand you nobody understand you love me that young love me that so ein bisschen sap löden laufen ich glaube jetzt in diese kleinen roten dinge milf basta allerdings ehrlich gesagt nicht warum auf diesem server in unserem spiel stand die sachen so komisch springen die physik ist so komisch hier ich habe ja mit einem hämmerchen irgendwo gegen und das explodiert und zack fliegt das tausende kilometer war jedes blatt bringt mich dazu irgendwo zu rattern hängen zu bleiben ganz komisch so kann ich nicht arbeiten so dann können wir einmal kann ich jetzt endlich mal wieder hier mein zeug ablegen du bist zu hause ich bin zu hause bist du jetzt schon wieder müde irgendwenig so ach ja ähm ich habe mir essens kiste 9 und dann muss ich das einfach hier mal irgendwo mit reinziehen hi ping jetzt hau doch mal ab du blöde elände arschmeise ich will nicht mit dir spielen und ich habe auch nichts zu essen für dich du kannst hier gleich wieder pfeile herstellen du wahren so jetzt 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 3 sehr schön so da kann ich ja nichts weiter bauen weil du die dinge ja was für dinge habe ich ja die für unser baul jajaja aber ich könnte mal ja ein paar haselnüsse holen haselnüsse gibt es die jetzt auch was bauen wir sonst unsere kissen haselnüsse ich bin mir sicher dass es nicht das gleiche sicher ziemlich auch wenn ich natürlich null ahnung davon habe aber was soll das heißen daneben spinne bringen um klatsch hier ein altes mistviech dann haben wir dabei oder wie oder was immer drauf auf das scheiß wie ich voll eine mitgegeben mit der spinne ne der fliege es ist schon ein bisschen blöd dass man nur ein eine eichelschale pro eichel kriegt ja ich meine die zerspringt in zehn millionen teile ja vielleicht wollen sie es ein bisschen komplizierter machen weißt du dass du nicht innerhalb von einer sammeltour gleich alles bauen kannst könnte ich mir eventuell vorstellen die soll mit rein kommen lassen wo ist denn die fliege fliege wo bist du so dann nehmen wir doch mal und hängen die fliege an dann könntest du gleich getrocknete fliege essen was hältst du davon lassen wir das mal trocken lassen wir das mal trocken auch so aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020